Das sauer werden des Bieres aus zweierlei Quellen kommen. Entweder euer gesamter Sud ist schon sauer geworden beim Gären, also jedes Bier ist sauer. Da hapert es dann meistens an der Hygiene nach dem Würzekochen, wenn es in den Whirlpool geht und danach in den Gäreimer, weil das Horst, wenn jede Flasche infiziert ist, dass sozusagen schon der komplette Sud betroffen ist. Aber auch nur, wenn ihr einzelne Flaschen habt, die sauer geworden sind, auch dann hängt es mit der Hygiene zusammen. Dann ist eben nur eine einzelne Flasche betroffen gewesen und war nicht richtig sauber. Also sauer werden des Bieres hat immer mit mangelnder Hygiene zu tun, weil sich dann säurebildende Bakterien in eurem Bier breit machen. Das heißt, das nächste Mal wirklich einfach noch akribischer darauf achten, habt euer Desinfektionsmittel bereit, wirklich jede Flasche sauber desinfiziert, Kronenkorken und mit allem, was ihr mit dem Bier dann noch in Berührung kommt, das muss dann einfach wirklich desinfiziert sein und dann soll es auch mit dem sauer werden kein Problem mehr sein. Das und viel mehr findest du auf siebenhauben.com